Herzlich Willkommen zu einem Video, aber diesmal kein Minecraft, sondern Rocket League. Und diesmal mit einem Gast, mit dem... Hallo. Richtig. Und wir probieren einfach mal unser Bestes. Dann sehen wir uns gleich, wenn die Runde startet. So, da fängt die Runde an. Und ich hab meine Preset, hab ich immer noch nicht gewechselt, ist mir grad aufgefallen. Die Räder passen immer noch nicht zum Auto. Aber egal. Oh, der erste Kick-Off. Ja, normal. Ich geh hinter. Den hast du, Elias. Den hast du. Den hast du. Oh, bin ich weggeflogen. Oh, der passt. Der passt. Jetzt. Flieg. Ja. Ja. Also, so macht man gute Zora. Ein Tutorial. Guck's dir an. Oh. Oh, mit dem Boogie, Alter. Mach du. Okay. Ich fake, ich fake. Oh, okay. Oh, ich hab keinen Boost. Er hat reingeschissen. Sehr gut. Den hast du, Elias. Elias. Ja, ja. Schön. Ah. Ja, den mach ich jetzt. Ich probier zu bampen. Ein Boost. Ich hab keine. Nichts passiert. Das war alles nur Show. Natürlich. Ja, was sonst? Die, die, die. Dass die Gegner auch eine Chance haben. Was noch? Schön. Weil ich bin grad so konzentriert, aber ich bin trotzdem richtig scheiße. Hast du dir. Den hast du. Ja. Ja, schön. Wir spielen natürlich auf, ähm, richtig hohem Niveau. Natürlich. Hab ich recht? Mit meinem. Echt jetzt? Ja, keine Ahnung. Oh shit, ich bin so am Arsch. Was war das? Okay, ich glaub hinten. Komm, dann hast du. Oh, stark. Oh mein Gott, alter. Gereadet. Mit Karsten, los. Alter, was ist denn mit Karsten? Das ist so geil. Schön. Ich bin. Den hast du, den hast du. Ja, ich geh lieber zurück. Den hab ich. Den hat der andere. Okay. Boah. Oh oh. Äh, ich hab keinen Bus mehr. Da. Da. Boah, ich weiß nicht, ob man meine Tastatur hört. Oh shit. Ja, die hört man. Okay, okay. Ja, Pro Gamer halt. Ja. Ah, ist ein R. Mit Tastatur. Oh. Oh, Gott. Er ist ein Profi. Ich glaube, leider habe ich nicht wie geplant drin, aber egal. Ich hab auch. Ah, okay, gut. Ah, den hast du. Ja, kraft du an. Ich bin hinten. Ja, geht dann andersrum. Oh, der fließt da jetzt von ihm. Okay, nice. Okay. Schön. Erlias, der erste letzte Lill. Dann habe ich. Okay, ich kann. Ich hab kein Boost. Ah, äh, an Anfängerfehler. Äh, was? Nee. Nichts. Okay. Du bist Anfänger? Nein. Ein Profi. Alter, wir müssen den Ball jetzt mal vorspielen. Naja. Der ist die ganze Zeit nur bei uns. Egal, 1.0. Nur noch aushalten, aushalten. Ja, kein Problem. So, vor mit der Scheiße. No. Ein Tor noch. Let's go. GG. Ja, sind wir auch in der nächsten Runde. Wir sind mit den gleichen in der Runde gekommen. Die wollten eine Revanche. Also, haben wir denen eine Revanche gegeben. Und hoffentlich kriegt man die nochmal. Boah, schön. Der Schuss, Alter. Oh. Oh, ich hab mir die das angehört. Ich hab immer so'n Oh. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten. Von wo ich angeflogen gekommen bin. Ich bin von ganz hinten von der Eggcake angeflogen. Echt jetzt? Ja. Hä, warum? Ich weiß nicht, weil ich wohl schon freestylen, weil ich gedacht hab, dass der reingeht. Und dann bin ich einfach weitergeflogen. Oh, 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 oh. Und von wo kamst du gerade? Äh, ja, von unserer Hälfte. Ah. Boah, ist sehr heftig. Gefakt. Schön. Den hast du, den hast du, keine Sorge. Den machst du. Ja. Oh, wir sind beide leider hoch. Ja, egal. Oh. Ja, Mann, let's go. Let's go. Klant. Okay. Also, es sieht schon mal sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, natürlich, natürlich. Und sag mal, woher hast du nicht die Telexplosion? Äh, die habe ich geschenkt bekommen. Ah, nice. Die sind übelst meistert. Ah, danke, danke. Hat mir meine eigentlich schon gesehen? Ja. 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 Nee, oder? Dafür jetzt! Dann halt nicht. Oha. Komm, wir drauf drauf. Oh nein. Nein. Hau den Speedflip raus. Mhm. Ja, was macht er jetzt? Oha. 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 Der probiert aber auch immer air dribbeln, ne? Naja, ich zeig ihm wie das geht. Oha. 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 Ich hab' mit rausgeschnitten. Ja, mit rausgeschnitten. Ja, ich hab' gerade Internetprobleme. Ah, okay, okay. Ja. Ich wusste auch nicht, was da gerade passiert. Was ist denn da passiert? Was hast du gedacht? Das Internet, das Internet. Ja, ach so, okay. Ah, 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 ah. Oh. Aber muss sagen, das war kein schlechter Schuss. Ja. Also guck, das hat nochmal berührt. Also ich fand das ganz gut. Also ich hätte sowas wahrscheinlich nicht hingekriegt. Oha. Oha. Das auch bestimmt. Bats. Eben, Eben, Eben. Gönn dir. Jetzt. Jetzt. Ach man. Ich hab' keine Wurst. Ah. Wollten die gerade Pinch machen? Ich glaub' keine Ahne. Ah, ah. Das ist ja das sì. Was ist das nicht? jetzt los dann wird das hier noch mal spannend mann früher fand mich fand das früher so einfach wenn der ball in die mitte kommt ich habe den immer rein gemacht oder meistens zumindest aber jetzt bisschen höheres niveau ist immer noch richtig weit unten ist ist es finde ich übel schwierig weil die wissen was man zu machen muss okay dann sehen wir uns in der nächsten rolle ja okay ja das war dumm ich hätte mal reinspringen sollen schade los bin ich da boost weggenommen bei denen also der eine hat kein bus jetzt schon jetzt versuche in die mitte zu spielen kommen wir das jetzt drauf profi komm jetzt ja wie viele punkte habe ich 160 ich habe alles gemacht einfach das let's go alter da zieht man wo die profis am werk sind annehmen ich wollte nicht brauche muss noch nicht guter schuss machen achtung er probiert mein kick auf zu machen aber auch schön los elias jetzt ja schön ich habe nicht so viel boost oder hat mich gewohnt und tot Nein, Junge wie knapp war das? Ja, warte Stabil drüber geflogen Ey Beide sind nicht in der Mitte Oh, stark Danke Nicht so stark Ich hab eigentlich gedacht, du nimmst den Ah, klar Ja, geht nicht, geht nicht Jo, der P-B-Double-Tap Ja Achtung, hoch, 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 hoch Ah, egal Oh, nice Aber war ne gute Runde War ne gute Runde Ja, okay Dann würden wir damit, denke ich, auch das Video beenden Hoff Ihr fandet's ganz gut Und dann Bis zum nächsten Mal Ciao Gerne liken und ein Abo da lassen